Dann müsste ich doch, wenn ich hier reinspringe, da rauskommen und dann dementsprechend... Haha! Guck mich mal an. Siehst du, dass ich da die ganze Zeit rumfliege? Haha, das ist ja witzig. Ja, aber jetzt lass mich überlegen, wo ich raus muss. Warte mal, ähm... Lass mich mal überlegen. Wir wollen eigentlich nur, dass du... Gelb. Du willst eigentlich hier hin. Weil dort ist ein... Ich muss hier raus. Das ist da. Ja. Er hat sich hier selbst entschießen. Ich glaube, du willst, du willst da hin. Nee, willst du nicht. Sorry, nee, willst du nicht. War hier schon, wie bist du hierher gekommen? Ich bin einfach hier durchgelaufen. Okay, hmmm... Also, wir müssen da ein Cube reinlegen. Ah, jetzt sehe ich erst, wo... Na, wo wir hinwollen. Also, wir wollen auf jeden Fall da oben den... Hier wollen wir den Cube rausbekommen. Ah ja, nur einer von uns muss ja dann da hoch. Hier ist nämlich, ähm, ein Knopf. Achso. Ja. Äh, dann probieren wir es doch einfach nochmal. Okay. Dann wollen wir dich da rausschießen, Marsi. Ja, jetzt weiß ich auch... Äh, kann ich mir das merken? Ich hoffe doch mal. Okay, ich falle hier rein. Dann geht's hier hin. Und dann mache ich einen gelben dorthin. Und dann nochmal und dann... Okay. Du kannst auch gern wieder in die Schleife, wenn du das möchtest. Und dann schieße ich dich darüber. Ah! Ja, glaube... Ich musste, glaube ich, sogar. Okay. Äh. Ja, 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 ja. Ja, weil ich hab, äh... Bin völlig orientierungslos, wenn ich da fliege, weil auch die Kamera immer wechselt. Okay. Ist ja nicht schlimm. Du musst nur wieder reinkommen, dann schieße ich dir das Portal. Ja. Also, ich bin soweit. Ich will dann losbringen. Mache ich. Ich kann nicht... Ich fasse dann einfach den... Live... Äh, den Fall Circle ab. Ach. Ach. Ich dachte, du fällst erst wieder so im Kreis. Darauf hab ich gewartet. Okay, nochmal bitte. Nee, warte. Ja, ich muss mich erst kurz strecken, um wieder funktionszüchtig zu sein. Ach, ich denke nicht im Portal. Ich hätte ja dort, wo ich stehe, eins schießen können. Dann hätten wir fünf Sekunden Zeit gespart. So, jetzt aber ganz, äh, eins, zwei. Und, äh, du kannst doch das Portal. Ich kann das schon machen. Ja, ja, eben. Ich hab die ganze Zeit gedacht, du hättest, ich muss oft warten, bis du im Fliegen bist. Bäm! Sehr gut. Jetzt gibt's da einen Cube. Offenlich drüben. Und wo? Aber da fliegt jetzt auch dadurch. Hast du deine Portal schon wieder weggemacht? Ja, es hätte doch einfach nochmal, äh. Ja, das ist egal, ich kann sehr. Ich hol dir jetzt einfach. Ah, oder so. Ja. Jetzt, das finde ich auch das Wunderbar an diesem Schilders. Wie kommst du jetzt hoch? Ja, genau. Ah, ich setz dir die beiden Portale hier, die du mir eben gesetzt hast, und du gehst zum Katapulten. Ich hab' nicht verstanden. Du gehst da, ja, ja. Hier? Genau. Und wo? Stopp. Warte, ich sehe den. Und hier? Ja, genau, da, ja. Und jetzt, aber erst musst du noch da hoch, wo du jetzt hinguckst, ja. So, eigentlich. Ja, und bevor du jetzt da draufspringsst, siehst du ja die beiden Ziele. So, ne? Genau, und jetzt kannst du da beruhigt rein und bis dann gleich bei mir. Oh Gott, so kompliziert. Ja, ja. Oh Gott, es geht direkt weiter. Ich spring schon mal, ich hab' äh, keine Geduld. Ich dachte, ich könnte schon so spontan ein Portal setzen, aber haben wir gar nicht gebraucht. Okay, jetzt geht's, von hier geht's nach da. Ja. Und von da geht's nach da, durch dein Portal. Was ist hier oben? Hier oben ist ein Würfel-Dispenser und... Ich fliege gerade immer weiter im Kreis. Ja, das ist, ich seh den Knopf. Kannst du ihn drücken? Ja. Ah, ja, okay. Schau mal, was passiert. Dann wir den Würfel hier. Sehr gut. Dankeschön. Schnapp ihn dir doch. Außer, wie denn? Siehst du, was passiert? Gut gemacht. Nee, müssen wir das jetzt so teilen, dass ich den Fangen, wenn ich ne Luft bin, oder wie? Keine Ahnung. Wie, du musst den teilen. Ähm, dass wir in der Luft sind. Äh, aah. Okay, ich weiß, wie wir das machen. Heißt, ich muss wirklich? Ja, aber wann soll das denn? Ah, ja, hier. Ah, ja, genau, sobald du aus dem Gelben rauskommst, erdrückisch. Halt ich bereit. Äh, was? Jetzt? Ich weiß noch nicht mal, wo der Würfel ist. Äh, ich sag's ja. Alles läuft wunderbar. Aus dem Gelben? Ja, nee, ich sag's ja einfach. Ich sehe jetzt, was du siehst und drückt dann so, dass er kommt. Und jetzt kommt er. Na, fast. Sehr gut. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingucken muss. Äh, ja, die Richtung stimmt schon mal. Ach so, ja, wenn du jetzt gar nicht weiß, ist es natürlich. Siehst du, machte mal meine Sicht. Okay, ja. Ich hab deine Sicht da unten, ja. Ja, und wenn du jetzt rauskommst, dann fliegt der Würfel zu dir. Ich probier's nochmal. Jetzt, ah, der ist zu hoch. Ja, ich musste noch früher draufdrücken. Und zwar jetzt, wobei ich glaube, viel zu früh ist. Und 3, 2, 1, jetzt fangen. Ah. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Auch ich bin irgendwo gelandet. Das kann nicht so gedacht sein. Ah, vielleicht einfach mal in die andere Richtung fliegen. Ja, das klingt ganz gut. Hm, ich geh nochmal zu. Nee, ich glaube, es war so, wie du gesagt hast, ne? Seltsam. Ich glaube, es geht so. Ja. Ja, wir müssen es nur perfekt timen. Ja, wer machbar. Magst du mal den Knopf drücken? Nee, nee, mach mal nicht weiter. Ja, also, das ist schon gut. Weil, was ich hier mache, ist nicht so interessant für den Zuschauer. Ich flieg nur rum. So, okay, jetzt drück ich nochmal. Nee, der ist viel zu früh. Na. Pff, das ist schwierig. Jetzt drück ich nochmal. Ja, ja. Ja, ja. Soll ich nicht? Was mache ich jetzt? Äh, hier. Ah, das, ja. Die Frage hat sich beantwortet. Halt ihn ganz dolle fest und dann spring mal zurück. Ich guck erstmal, ob da auch sich jetzt nicht verändert hat. Wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Hauptsache, das sind Würfel. Ich hab wirklich gerade die ganze Zeit ganz fest E gedrückt gehabt. Hahaha. Wir kommen hier mit mehr Glück als Verstand durch das Rätsel durch. Nö, wir haben uns das schon überlegt. Ja, ne? Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Das letzten Test? Haben wir jetzt schon zwei geschafft? Schon. Die Zeitvergitter wie im Fluge. Als gesagt, es war das letzten Test. Ja, ne? Mal schauen auch mal. Vielleicht hat es ja einfach nur den The latest. Nicht the last. Achso. Achso, ach, jetzt verstehe ich. Weiß er nicht. Also dieses Test quasi. Ja. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue? Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ich hab's gesehen. F4 Countdown. F4 Countdown. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass wir einen Countdown brauchen werden. Also müssen da oben an diesen Knopf... Achso, ich hab's verstanden. Hast du auch verstanden? Ja, natürlich hab's verstanden. Aber erklär's nochmal den Zuschauern. Also müssen uns auch zu diesen Knöpfen da portieren, ne? Also, dieses Ding jetzt zum Beispiel portiert mich jetzt zu meinem Knopf, den ich dann drücke. Wir müssen uns richtig schafft. Was? Sie ist schon auf. Was? Sie ist schon auf! Was? Wieso das denn? Ja, anscheinend war... ...ist unser Testlauf genau richtig geteimt gewesen. Das war natürlich gewollt alles. Hast du gerade... Ja. Ja. Mir gefällt... Geh du doch mal vor. Nimm du... Nimm mal den Würfel. Hahaha. Irgendwas? Ja. Lassen wir uns... Sequenst uns hier. Ist auch wieder so ein Timing-Ding wahrscheinlich. Hm. Was ist das hier? Da lag der Würfel, oder? Also, wir müssen irgendwie... Jetzt ganz schnell... Ich schreibe mir... Haha, da kann man nicht durchschreiben. Ich mach... Also, der Laser muss ja hier rein, ne? Kannst du nicht den Laser? Ich glaub mir mal kurz den Laser, ja? Aber hier oben ist ein Katapult, siehst du das? Ja. Oh! Oh, ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Du verstehst aber, gell? Ähm, weil... Ja. Der Laser muss dann umgelenkt werden, ne? Und zwar... Das er... Äh... Ja, genau. Das ist doch schon die Lösung, quasi. Ja. Aber... Dann wissen wir noch, was passiert. Stell du dich mal lieber auf die... Auf die Plattform. Ja, während ich warte, bis das Zeug hier... Ja! Ich hab gedacht, es wäre der Letzte. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Wo bin ich? Jetzt muss ich hier noch durch... Ah, jetzt wird es... ...wieder knapp. Egal, ich opfere mich. Stehst du drauf? Ja, ich hab dir auch schon Portale gemacht. Äh, ne. Doch. Also, äh, ja. Danke, aber ich warte lieber noch. Ich bin auch so ganz raffiniert geschaltet, dass die ersten... Äh, bisschen länger. Ja, sieht doch gut aus. Ah, nee, ich muss ihn heben. Oh! Mach irgendwas, ich werde gleich sterben. Ich kann mich auch nicht umdrehen. Okay, ich hab verstanden. Schön für dich. Ich kann dann irgendwo... Hier ist... Hier ist ein Portal, ja? Ja. Und das kann ich dann reinspringen. Und hab dadurch Geschwindigkeit. Aber wo soll ich mich hinschießen lassen? Ah. Äh, hier. Oder? Wie kriege ich mich da hin? Sehr gut. Du hast vollkommen recht. Jetzt musst du dir aber deine Portale selbst machen, diesmal, ja. Aber, äh... Ja. Das geht. Und dann werde ich mit dem Knopf da drüben geschleudert. Und dann drücke ich den. Okay, bist du bereit? Jo. Ah ja, genau. Ich bin ganz oben. Ich springe. Ich bin drüben. Ach so, wir sind mit dem Knopf geschleudert worden. Ben, komm, 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 komm. Ah, das Zeug ist vorbei. Ach so, ja. Ah ja. Ja, ich bin dagegen geschleudert worden. Ich muss ihn gar nicht drücken. Ich wurde so fest dagegen geschleudert. Äh, ja, ich habe deine Kamera eingestellt, aber, äh, kann ich mir gucken, was passiert ist. Gegen Knöpfe schleudern lassen. Das ist...